Erstmal freue ich mich, dass wir eine neue persönliche Schutzausrüstung haben. Die alte war ja schon über 30 Jahre alt und besonders wichtig ist mir eben dabei, dass wir zeitgemäßen Schutz haben, dass wir ein eingebautes Sicherungssystem haben und diesen Gurt, der uns alle gestört hat, nicht mehr um den Bauch binden müssen und dass sie sehr tragekomfort orientiert ist. Was gerade nach dem Bauchx. Oh Gott, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.